Und zwar da, wo sie alle hängen gehen, in die USA, hat jetzt da seine Frau und Kinder und ich rede natürlich vom Smokey J. Jones. Und der Abschied ist keinem von uns wirklich schwer, ja, wirklich leicht gefallen. Und da Smokey nicht nur ein Kollege, sondern auch ein echt guter Freund war, möchte ich ihm als erstes den nächsten Titel widmen von Garth Brooks, A Friend to Me. A Friend to Me. A Friend to Me. You can be so stopping, but there's no time I think you'd just like to find. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Dankeschön.